Uns hat nichts gebracht, was hat man gebracht? Wie gut, dass ich für den nächsten Song Texte verteilt hab, denn wir kommen zum wirklich letzten Song des Abends. So, wer hat jetzt seinen Text? Ich seh ja keine Blätter. Sonst, ja, ihr könnt das alle ab, guck mal, jetzt wird ausgefaltet. Ab 23 Uhr wird zurückgefaltet. Dann holt mal den Text aus, weil ich singe meinen nächsten Song nicht, das ist euer Job jetzt. Die legendäre Weihnachtsbäckerei, ich bin auch gespannt. Auch diesen Song haben wir ausreichend gewohnt, nämlich gar nicht. Ich geb mal, ich helf mal so, wenn wir zum Reinkommen, ne? Ich geb mal den Ton nach vorne. Geil, ja. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knie keine Rieden, große Leckereien. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ab hier, bitte. Wo ist das Rezept gegeben? In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zischen Mehl und Milch macht so mancher Knie eine riesengroße Klickerei. Und gut. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Und gut. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knie eine riesengroße Klickerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite beten. Wenn wir brauchen, wenn wir brauchen Platz und Knie. Eine riesengroße Klickerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knie eine riesengroße Klickerei. In der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ich hab das Gefühl, er wollte nicht gehen, ne? Oh, guck mal, vielen Dank! Oh, das ist ja lieb! Na gut, dann hol ich den Papa nochmal auf die Bühne. Ja, wir spielen noch einen, ich hab ganz spontan, völlig abgesprochen. Stoppel! Komm hoch! Christoph Kaptaran für die anderen, die jetzt stoppen hier. Großer Applaus!